Wenn ich Betreuungsgespräche führe, dann kommt es vor, dass ein Mensch nach dem anderen in den Raum kommt. Der andere ist gerade gegangen und der nächste kommt herein. Dann muss ich ja die vorhergehende Situation ganz loslassen können, um wieder mit dem Menschen zu sein, der jetzt gerade vor mir sitzt oder bei mir sitzt. Manchmal ist es dann nötig, so bewusst das, was gerade noch war, worüber man gerne noch länger nachdenken würde oder nachspüren würde, das ganz bewusst loszulassen und zu sagen, und jetzt bin ich ganz für dich da, für diesen Menschen. Das ist eine weitere Fähigkeit, die wir brauchen, um mit offenem Herzen da sein zu können. Offenes Herz bedeutet ja auch, aufnahmebereit zu sein. Bei offenem Herzen schwingt es ja nicht nur mit, dass wir viel geben können, dass da viel strömt, sondern es schwingt ja auch mit, dass wir viel spüren können, dass wir aufnehmen können, beim anderen, mit dem anderen sein können und mit uns selbst zugleich. Also, mit etwas, was mich aus einer zurückliegenden Situation noch beschäftigt oder mich bereits beschäftigt, was in der Zukunft passiert, kann ich eigentlich nicht offenen Herzen da sein. Das geht eigentlich. Offenes Herz und Präsenz im jeweiligen Augenblick, die gehören zusammen. Manchmal gibt es die Möglichkeit, dass bei uns die Freude auf etwas bewegt, was noch kommt oder was gerade war, dass uns das hilft, jetzt in der Situation auch freudig offen zu sein. Aber eigentlich ist die Voraussetzung für ein offenes Herz, weder mit Vergangenheit noch mit der Zukunft beschäftigt zu sein. Und um das zu lernen, müssen wir lernen, in der Gegenwart sein, da zu sein. Sie erinnern sich vielleicht, einige Gesichter erkenne ich wieder an den Vortrag oder den Austausch vor einem Jahr. Und da haben wir das auch gemacht. Wir haben das miteinander ein bisschen praktiziert. Da zu sein, zu atmen. Sie können das machen, während ich weiterspreche. Mal gucken, was die Situation bringt. Mal schauen, was der heutige Abend bringt. Diese Bereitschaft, die Bereitschaft, sich auf ein neues Erlebnis einzugehen, eine neue Erfahrung, die braucht es dafür. Die brauche ich in jeder Situation. Ob ich jetzt eben die Situation bei meinen Eltern nehme, das reicht nicht, wenn ich mir das einmal vornehme und dann eine Woche bei ihnen bin und es zwischendurch vergesse. Ich glaube, jede Situation ist wieder neu, jedes Mal Öffnung, Präsenz, Bereitschaft, etwas Neues zu erfahren. Und wenn das Herz wirklich offen sein soll, dann braucht es auch die Bereitschaft zu erfahren, komme, was wolle. Nicht nur das, was ich mag. Wenn ich Ihnen sagen, wenn ich Ihnen sagen, wenn ich Ihnen sage, bitte stellen Sie nur Fragen, die angenehm für mich sind. Bitte stellen Sie mir keine unangenehmen Fragen. Dann ist mein Herz schon nicht mehr ganz offen. Ich beginne schon zu selektieren. Ich beginne auszuwählen, zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Spüren Sie den Zusammenhang. Vielleicht kennen Sie ja auch so Gedanken, Sie gehen zum Vortrag und sagen, hoffentlich gibt es da keinen so einen Querschießer, der dann plötzlich irgendwie anfängt, alles in Frage zu stellen. Und dann geht der ganze Abend wach ab. Das bedeutet schon, dass wir etwas ausklammern möchten aus unserem Erleben. Wir möchten es lieber nicht erleben. Und das ist total menschlich. Das haben wir alle. Das kennen wir. Ich komme aus dem Geschäft nach Hause und ich möchte eins nicht, dass meine Frau, mein Sohn, mein Mann dieses Thema berührt. Das eine Thema. Sie wissen schon welches. Das, was mir absolut nicht lieb ist. Da ist zwar eine Freude, die Familie zu sehen, aber mein Herz ist, ja, also mein Geist ist dabei auszuwählen. Das würde mir die Freude verderben. Wenn das auf den Tisch kommt, da bin ich dann gleich ganz anders. Da geht es ruckzuck, geht das Herz zu. Es würden Tore zuschlagen, dann ist mit mir nichts mehr anzufangen. Kommt ja vor. Wer sich gut kennt, weiß auch, welche Reizworte und Reizthemen notwendig sind, um diesen Prozess auszulösen. Dass es zugeht. Dass man einrastet. Da uns allen das passiert, wie kommen wir denn da raus? Wie kommen wir da raus, wenn uns das passiert? Es kommt ja vor. Also, die erwarten Meister, lehren uns das so und das funktioniert gut. Nicht drüber nachdenken, was mich jetzt aufregt, sondern nur konstatieren, es regt mich auf. Ich bin genervt. Damit durchatmen, das heißt die Situation spüren, ich komme damit in der Gegenwart an. Ich bin nicht mehr dabei, dass es nicht so sein sollte. Sondern ich sage, ja tatsächlich, jetzt gerade fühle ich mich so und so. Ich spüre das. Ich spüre meinen Körper und die Meister sagen, zurück zur allereinfachsten Achtsamkeitsübung, die es überhaupt gibt. Den Körper spüren. Da pocht vielleicht das Herz, da sitze ich, da atme ich. Ich merke die Anspannung, wie sich bei dem Thema bei mir schon alles verspannt. Ich spüre das. Und im Spüren atme ich. Ich bin bewusst, ich bin da. Und da ich so voll bewusst da bin, ist mein Geist nicht mehr mit dem Thema beschäftigt. Das ist ein Trick. Wir haben die Achtsamkeit abgezogen von dem, was uns nervt. Und sind bei der Tatsache, dass wir gerade aufgewühlt sind. Aber nicht mehr beim Inhalt, warum wir aufgewühlt sind. Wir sind bei der Tatsache des So-Seins. Und dieses So-Sein, was jetzt gerade etwas aufgewühlt ist oder etwas eng sich anfühlt oder verstimmt, das nehmen wir an. Mit all dem, was wir gerne anders haben, wir nehmen es einfach an, wie es jetzt ist. Ich nehme jetzt einfach an, dass ich keine besseren Worte finde, Ihnen das zu erklären. Ich sitze hier und nehme mir die Situation an. Und dann lasse ich es kommen. Was kommt als nächstes? Okay, ich will mich ja nicht streiten. Ich will mich nicht streiten mit den anderen. Die haben zwar ein schwieriges Thema angeschnitten, aber ich möchte mich nicht streiten. Das ist zum Beispiel, ich erinnere mich an meine Grundhaltung. In der Pause, die eintritt dadurch, dass ich einfache Achtsamkeit übe, kann ich mich wieder daran erinnern, dass ich eigentlich positive Absichten habe, mich zumindest nicht streiten möchte, dass ich vielleicht den anderen eigentlich mag. Bloß warum ist sie oder er so ungeschickt, jetzt gerade das anzusprechen? Da muss ich jeweils tief durchatmen, aber ich verbinde mich mit meiner tieferen Motivation. Wenn mir das gelingt, geht das Herz wieder ein bisschen auf. Es ist mir nicht möglich, mich an eine tiefe, heilsame Motivation zu erinnern, zum Beispiel wie, dass ich den anderen tatsächlich liebe, obwohl es jetzt gerade ein bisschen ungeschickt ist. Dass ich ja eigentlich einen ruhigen Feierabend haben wollte, aber jetzt kommt es halt ein bisschen anders. Aber ich erinnere mich an etwas Positives. Und dabei geht unser Geist ganz von selber ein klein bisschen auf. Und meine Aufgabe ist, dabei zu bleiben. Meine Aufgabe ist, diese Achtsamkeit auf das Heilsame wach zu halten. Auch im nächsten Moment. Und immer wieder, wenn ich wie mit dem Herzen zusammenzucke und es sich schließt, zurück, einfache Körperachsamkeit annehmen dessen, was es ist und mich erinnern an das, was die eigentliche Motivation in der Situation ist. Das ist der Weg, wie immer wieder das Herz aufgehen kann. Und dann suche ich in dieser annehmenden Achtsamkeit nach den besten Worten, vielleicht auch nach einer wohlmeinenden Stille oder nach einer kleinen Geste, die Brücken schafft, wo es möglich ist, den anderen wieder zu erreichen. Und ich wühle mich so allmählich aus meinem geschlossenen Herzen wieder heraus. Es öffnet sich was. Also wenn ich diese Achtsamkeit aufrechterhalten kann, dann öffnet sich mein Herz wieder. Und es kann sein, dass der andere das sehr schnell merkt. Weil wenn es unter Familienangehörigen zum Beispiel passiert, die kennen uns so gut, dass sie schon mal ganz überrascht sind, dass ich nicht so anspringe, wenn ich so angemacht werde oder ein klein bisschen kritisiert oder attackiert werde. Das merken sie und sind ein bisschen überrascht und halten auch für einen Moment vielleicht inne und wenn dann das richtige Wort kommt, kann es sogar recht schnell zu einem befriedigerenden Austausch. Muss aber nicht sein. Es kann sein, dass die andere Person gerade ziemlich voll ist mit starken Emotionen und dass ich einfach das durch erleben muss, ohne mich dem anderen gegenüber völlig zu verschließen als gesamte Person. Ich steige vielleicht nicht auf das Thema ein. Ich begrenze den Schaden so gut ich kann. Ich versuche nicht so zu sprechen, dass ich dem anderen zusätzlich noch wehtue. Ich bleibe bei dieser grundlegenden Achtsamkeit. Und wenn ich das als Lebensübung habe, das waren jetzt einfach so angedeutete Beispiele. Wenn ich in jeder Situation damit arbeite, das Herz zu öffnen oder offen zu halten, das ist der Weg zum Erwachsenen. Und dann entdecken wir immer weitere Geisteszustellen. Und da entsteht eine spezielle Freude. Von dieser Freude sprechen alle Meister des Geistestrainings, des buddhistischen Geistestrainings. Es ist die Freude an Schwierigkeiten. Und da möchte ich Ihnen jetzt etwas sprechen. Das ist eine Freude, die wir normalerweise nicht kennen. Das ist eine spezielle Freude. Der erste Schritt ist wohl überhaupt mal erst anzunehmen, zu akzeptieren, dass ich Schwierigkeiten erlebe und dass mein eigenes, mein eigener Geist eng wird. Dass ich meine Macken habe, auch das ist schwierig zu akzeptieren. Die ganze Praxis mit dem Herz öffnen läuft ja schlussendlich darauf hinaus, immer zu spüren, wann mein Herz zugeht. Und das hängt ja mit meinen Emotionen zusammen. Das sind ja nicht die Emotionen der anderen, die mein Herz verstehen. Das sind ja meine. Das heißt, ich komme mir ganz schön auf die Schliche dabei. Das zu akzeptieren und dann aber nicht festzuhalten an den angenehmen, schönen Situationen, sondern mich zu freuen, wenn neue Herausforderungen entstehen, die es mir ermöglichen, mich noch mehr für andere zu öffnen. Und zwar gerade in den Bereichen, die ich bislang noch abgelehnt habe. Da, wo ich mir selber nicht ganz freund war und wo ich auf jeden Fall auch dem anderen war. Gerade diese schwierigsten Bereichen. Dann, wenn der andere so richtig fies wird. Wenn es alles in uns dazu neigt, einfach entweder nur noch zu schreien oder raus aus der Situation und wir den anderen normalerweise innerlich aburteilen. Das sind die schwierigsten Bereiche. Und die haben was mit uns selbst zu tun. Die haben was mit dem zu tun, der da so stark reagiert. Ich habe es gelernt, etwas, was alle Lehrer uns immer gesagt haben. Ich habe es als wahr zu erkennen gelernt, dass da, wo ich anspringe, wo meine Emotionen in Gang kommen, dass es etwas mit mir zu tun hat. Mit Anteilen in mir, mit Mustern, mit denen ich noch Mühe habe. Das zeigt sich oft an dem inneren Satz, so will ich nicht sein und so bin ich nicht. Wenn ich das so spüre in mir, der oder die ist so, aber ich bin nicht so, dann handelt es sich vermutlich um einen blinden Fleck. Auf diesem Weg intensiver Meditationspraxis, da entdecken wir den Schurken in uns. Da entdecken wir all diese Schattenseiten in uns. Die sind alle da. Sie sind vielleicht nicht so ausgeprägt. Sie sind nicht so an der Oberfläche. Sie sind nicht aktiv. Aber auch in uns gibt es den, der mal zuschlagen könnte. Auch in uns gibt es den, der betrügen könnte. Auch in uns gibt es den, der nicht aufrichtig ist und ausweicht oder Dinge verheimlicht. Auch in uns gibt es den Arroganten, die Stolze. Auch in uns gibt es den Eifersüchtigen oder Rivalen und die Eifersüchtige. Das gibt es alles in uns. Wenn wir das noch nicht gesehen haben, dann werden wir nicht zu einem richtigen Annehmen der Situation kommen können. Die Mitgefühle sind dann noch wie Handschellen angelegt. In den Bereichen, wo ich nicht erkenne, dass in mir ähnliche Tendenzen vorhanden sind, wie das, was ich ablehne, In diesen Bereichen kann sich unser Mitgefühl nicht entfalten. Ich kann mich nicht ein, ich kann nicht mitfühlen mit dem anderen, weil ich es bei mir selber noch nicht erspürt habe. Jetzt mache ich mal eine etwas, gebe ich Ihnen eine etwas schwierigere Frage. Stellen Sie sich gerade mal jemanden oder etwas vor, was Sie wie nicht akzeptieren können, was so, wo Ihr Mitgefühl an seine Schranken stößt. Was für eine Art von Verhalten könnte das bei Ihnen sein, wenn Sie mit so etwas konfrontiert werden, bei anderen? Also, das übersteigt Ihr Fassungsverhalten. Ich will jetzt keine Beispiele in den Raum sagen. Suchen Sie Ihr eigenes inneres Beispiel. Vielleicht haben Sie einen Menschen in Ihrem Umfeld, den Sie einfach nicht verstehen. Oder vielleicht haben Sie gehört von Menschen, deren Verhalten Sie einnachverziehen können. An diesen Menschen verzieht sich die größte Übung. Dort gilt es, in mir selber zu erspüren, wie könnte sich das anführen. Wie mag sich dieser Mensch von innen her fühlen? Was läuft da eigentlich ab? Wir nennen das die Praxis, sich selbst und andere austauschen. Also, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde mich in Sie hineinversetzen, dann ist das so, als wenn ich jetzt sage, ich denke Sie weg und setze mich an Ihrem Platz. Wie fühlt sich das an? Ja, und auf jeden anderen genauso. Wie fühlt sich das an? Jetzt gerade. Ich merke, Sie alle sind interessiert, Sie sind etwas überrascht über die Art des Vortrags. Ich bin angerührt. Also, ich spüre da einiges, wenn ich so in Ihre Gesichter schaue. Und auch ein gewisses Zögern bei dem einen oder anderen. Aber doch nur Bereitschaft, sich einzulassen. Man kann eine Menge spüren, wenn man sich die Mühe nimmt, wirklich die innere Übung zu vollziehen, sich mal bewusst an den Platz des Anderen zu setzen und mit dessen Augen zu schauen, mit dessen Ohren zu hören und zu erahnen, was im Herzen, also im Geist, im Bewusstsein los sein könnte. Das ist die Übung des Mitgefühls. Oder der Liebe, es kommt das Gleiche aus. Sich wie an den Platz des Anderen begeben zu können, ohne dort zu bleiben. Wir kehren wieder zurück an unseren Platz. Und mit offenem Herzen sind wir bereit, das zu geben, was hilfreich sein könnte in dieser Situation. Oder wir fragen auch, was hilfreich sein könnte. Wir können es ja ansprechen auch. Wir können es anbieten und das Angebot auch wieder zurückziehen. Und wir merken, das ist nicht das, was jetzt ankommt, was angenommen wird. Das sind so die grundlegenden Übungen des Mitgefühls in einer jeden Situation. Das hört nie auf, egal wo ich hinkomme. Das kann irgendjemand Neues sein, dem ich begegne. Diese Fähigkeit, im Moment zu sein und diesen neuen Menschen ganz aufzunehmen, hineinzulassen in mein Bewusstsein. Das ist ja, wenn man diesen schönen Ausdruck, das Herz öffnen, das ist ja auch ein Prozess, sodass ich die Tore aufmache und jemanden eintreten lasse. In mein Bewusstsein, dass ich ihn nicht mehr ausklammere. Also im Grunde genommen öffne ich diesen Bereich, in dem ich sonst mich zu Hause fühle. Und ich erlaube es jemandem anders, sich mit seinen Worten, mit seiner Präsenz, in meinem Bewusstsein auszubreiten. Einen Raum einzunehmen. Da lasse ich eine Menge los. Was ich loslasse, ist das Schützen meines emotionalen Territoriums. Also da, wo ich zu Hause bin, das ist so mein innerer Schutzraum. Und wenn ich das Herz öffne, so geht das nicht, wenn ich gleichzeitig da vor dem Herzen dann wieder massive Mauern aufbaue. Das Herz öffnen bedeutet Durchlässigkeit. Jemanden eintreten lassen in dieses wache, offene, präsente Bewusstsein. Und dann spüre ich. Und was ich spüre, das sind all die angenehmen und unangenehmen und neutralen Empfindungen, die halt auftauchen in dieser neuen Situation. Und da kann ich nicht wählerisch sein. Wenn ich da wählerisch bin, geht sofort mein Herzen wieder zu. Und der andere wird dann ein bisschen rausgeschoben und muss vor der Tür bleiben. Okay, das dürfen wir. Als großen Teil des Lebens ist es wohl so, dass die meisten Menschen genau das tun. Sie halten die inneren Tore geschlossen und die anderen Menschen dürfen anklopfen, aber es wird nicht jeder eingelassen. Das ist das normale selektive Mitgefühl, selektive Liebe, die Auswärt, die liebe ich und die liebe ich nicht. Hier empfinde ich Mitgefühl, dort empfinde ich kein Mitgefühl. Da verbiete ich mir sogar Mitgefühl. Wer könnte denn da Mitgefühl erleben bei so einem Verhalten? Ja, das kommt ja auch zu solchen Formulierungen, dass man sich sagt, dass wenn sich jemand so verhält, so eklig, dann so respektlos, so entwürdigend, da darf ich gar kein Mitgefühl haben. Als würde ich, wenn ich mich einlasse auf das Erleben des anderen Menschen, als würde ich dadurch dessen Handlungen gut heißen. Das ist aber nicht der Fall. Jemanden spüren zu können, nachempfinden zu können, was in einem anderen vor sich geht, bedeutet nicht, dass ich dessen Handlung für gut heiße, sondern dass ich es verstehe, wie es zu solchen Handlungen kommen kann. Und nur wenn ich das verstehe, dann kann ich helfen. Das Wichtigste, was ich verstehe, wenn ich mich in andere Menschen hineinversetze, sind ihre Ängste. Ich glaube, darüber hatten wir es, da kommen wir, das klingt bei mir in Erinnerung, ich glaube, da hatten wir es letztes Jahr auch ein bisschen davon. Dass Liebe und Mitgefühl sehr viel auch damit zu tun hat, sich für die eigenen Ängste und die Ängste der anderen zu öffnen. Wenn sich Menschen angenehm verhalten, dann ist es ja kein Problem für uns, da können wir uns öffnen, das ist okay. Wenn sich Menschen unangenehm verhalten, womit hängt das zusammen? Wenn sie ärgerlich werden, aggressiv, da sind unterschwellig Ängste aktiv. Und die können wir spüren, die können wir erspüren, wenn wir uns einlassen. Nicht, dass man alles spüren kann, ich kann auch nicht alles spüren, aber man kann immer mehr spüren. Man kann zumindest bereit sein, das zu spüren. Aber um mir das zu erlauben, diese Ängste zu spüren, dann darf ich keine Angst haben vor meinen eigenen Ängsten. Denen muss ich dann auch ins Auge schauen. Denn die sind eigentlich das, was meine inneren Antennen sind, weil ich meine eigene Angst kann. Zum Beispiel vor Kritik, vor dem Alleinsein oder Nicht-zu-sein, die Angst niedergemacht zu werden, die Angst missbraucht zu werden. Diese Ängste, wenn ich die spüre, erst dann kann ich den anderen auch in seiner Angst erspüren. Wissen Sie, es ist gar nicht möglich, eine Emotion beim anderen, ein Gefühl beim anderen zu spüren, was man nicht selber kennt. Wollen Sie mal kurz testen, ob das stimmt für Sie, diese Behauptung, die ich da aufstelle? Kann ich etwas erspüren beim anderen, was ich nicht aus dem eigenen Bewusstsein erkenne? Sie dürfen mir gleich Fragen stellen zu all dem, was ich so im Monolog erzähle. Manchmal hat man das Gefühl, dass man das zwar nicht selber erlebt hat, aber aus Büchern vielleicht kennt oder aus Filmen. Dass man Gefühle erahnt und dadurch, dass man sie irgendwo mal gelesen oder gesehen hat, in der Literatur, im Film. Weil was da eigentlich passiert ist, ist, dass das Buch oder der Film etwas bei uns auslöst, was wir dann als eine erlebte Erfahrung haben, in uns tragen. Und dadurch erahnen können, wie sich das vielleicht anfühlen könnte im anderen. Wir brauchen eigentlich nur ganz wenig. Wir brauchen immer nur, wir müssen so viel uns selber kennen und diese Gefühle kennen, dass wir zumindest ein bisschen etwas haben, ein bisschen eine eigene Erfahrung, aufgrund derer wir uns vorstellen können, wie es denn wäre, wenn diese Empfindung ganz stark wird. Wir brauchen sie eigentlich nur am Zipfel irgendwo etwas Ähnliches zu finden in uns und aufgrund dessen können wir erahnen, was beim anderen dann vielleicht ganz stark ist. Wir brauchen es nicht alles in derselben Intensität zu spüren. Es ist wie wenn wir einen Klang hören. Wir können denselben Klang leise hören. Wir können uns vorstellen, wenn er ganz laut wird. Ich brauche nicht alles schon ganz laut und intensiv erfahren zu haben. Also führt der Prozess des Herzöffnens, wenn ich mir das vornehme, ich möchte mein Leben mit einem offenen Herzen nehmen. Der führt zu Freuden, die mir vorher nicht vertraut waren. Ich kannte vorher die Freude nicht, zum Beispiel schwierigen Situationen zu begeben, herausfordernden, emotional herausfordernden Menschen zu begeben. Das kannte ich früher nicht, das ist neu. Oder die Freude, dann durch solche Herausforderungen tatsächlich etwas vom Leid anderer geteilt zu haben. Also die Probleme anderer tatsächlich angenommen zu haben und da ein bisschen unterstützt zu haben, miterlebt, mitgeführt zu haben, ohne dass ich etwas zu tun brauche. Die Freude, im Grunde genommen, die Schranken nicht aufrechterhalten zu haben, die Schranken aufgelöst zu haben, im eigenen Bewusstsein. Und wenn diese Freude, die trägt uns dann weiter. Die Freude wird dann so ein Selbstläufer. Die wird der Motor, dass wir immer mehr in Richtung, in diese Praxis hineingehen. Weil es solch eine Freude ist, das Herz auf uns zu haben, dass wir sagen, das ist es genau, wofür ich leben möchte und genauso möchte ich auch sterben. Ich möchte mit offenem Herzen in dieser Freude, dieser totalen Akzeptanz von allem, was ist, daran möchte ich leben und daran möchte ich sterben. Und wenn das weit geht, dann lösen sich die Schranken zwischen Ich und Du so weit auf, dass wir nicht mehr in einem Erleben sind, wo sich ein Ich für jemand anderen öffnet, sondern wo, ich nenne das immer dieses mittelpunktlose Bewusstsein eintritt. Ein Bewusstsein, ein Gewahrsein, ohne dass jemand da Ich ruft innerlich. Ich empfinde Dich. Das hört dann auf. Es ist dann nicht mehr so, dass man das Gefühl hat, ein Jemand würde einen anderen Jemand spüren. Dieses Gefühl ist zunächst mal da, aber wird sich auflösen. Es ist in der buddhistischen Terminologie das, was wir Liebe mit Bezugspunkt oder Mitgefühl mit Bezugspunkt nennen. Und es gibt, und das ist die eigentliche Liebe, das eigentliche Mitgefühl der Erwachten, gibt es eben die Liebe oder das Mitgefühl ohne Berufspunkt, ohne Subjekt und Objekt zu erfahren. Und das ist ein Aufgehen in einem offenen Gewahrsein, das sich nicht mehr in Bewertungen verstrickt. Gewahrsein, das wahrnimmt, ohne aber zu fallen in, das mag ich, das mag ich nicht, hier bin ich, da bist du, komm mir nicht zu nahe oder komm noch näher. All diese Gedanken sind aus einem Mittelpunkt heraus gedacht, aus einem vermeintlichen Mittelpunkt. Wenn ich den suche, wenn ich schaue, wo denn dieser Mittelpunkt ist, finde ich keinen solchen Mittel. Und das ist dann, so heißt es, die höchste Form von Liebe und Mitgefühl. Dann ist das Herz, der Geist ganz offen. Weil die Herzensöffnung, die löst dann auch dieses Mittelpunktbewusstsein auf. Die löst dieses vermeintliche Zentrum auf, was immer noch zu einer Trennung von mir und anderen führt. Und auch zu dem Gefühl von Getrenntsein und der Sehnsucht, diese Trennung zu überwinden. Die wir ja auch alle kennen. Das ist ja, diese Sehnsucht, die Trennung zu überwinden, ist ja der große Motor für unsere Liebesbeziehung, auch für unsere Suchen auf dem spirituellen Weg. Ja, das waren mal so. Ein paar einführende Worte sind, lieber ein Mitgefühl, sich selbst annehmen, Freude entwickeln. Die Freude entsteht ganz von selbst, Sie haben das schon gespürt, ja. Da gibt es nichts zu entwickeln. Freude ist etwas, was ohnehin im Geist vorhanden ist. Also unser Bewusstsein ist von Natur aus freudig. Die Freude kommt, sobald wir entspannen, sobald wir in gelöstes Sein hineinführen. Dann taucht Freude auf, ganz von selber. Der Geist wird frisch, weil die Anspannung sich gelöst hat, wird der Geist wieder frisch. Und dann kommt es von selber zur Erfahrung von Freude. Freude ist einfach die Abwesenheit von beengenden Mustern. Wenn diese beengenden geistigen Regungen wegfallen, dann ist der Geist freudig, ist bei jedem so. Es ist eine stille Freude, es ist nicht diese überschwängliche Freude, es ist eine stille. Auf Französisch sagt man Sirenité, Sirene. Man ist heiter gelassen. Vielleicht würde man das so übersetzen auf Deutsch. Gut, jetzt helfen Sie mir doch mal mit ein paar Bemerkungen und Fragen, das Thema vielleicht noch für Sie zu vertiefen. Also jeder ist herzlich willkommen, Fragen zu stellen. Vermutlich, also was ich gerne auch anbieten möchte, ist Hilfestellung für die konkrete Anwendung. Irgendwie hieß es da auch in der Ankündigung, Hilfestellung für den Alltag. Ich habe jetzt mal so eine allgemeine Beschreibung gemacht, sie ist für mich alltagsnah. Sie ist für mich aus meiner Erfahrung im Alltag gesprochen. Aber vielleicht möchten Sie da noch genauer nachfragen, um das anwenden zu können auf Situationen, die Sie im Hinterkopf haben oder im Herzen tragen. Man ist nicht, wenn man das Herz öffnet für jeden, nicht auch für hervorwitzend. Ja, das ist eine gute Frage. Da schwingt auch eine zweite Frage mit, die ich dann auch gleich zusammen beantworten werde. Ist man da nicht auch sehr manipulierbar? Verletzbar und manipulierbar. Da möchte ich gerne noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Ja, man ist verletzbar. Solange es ein Ich ist, was sich öffnet und sich zwar öffnet, aber noch sehr unbeholfen in diesen Schritten ist, das sich öffnet, kann es auch zu Verletzungen kommen. Und das ist der Grund, warum viele von uns der Herz lieber mal etwas verschlossen halten, etwas bedeckt halten, weil sie sich davor fürchten, Angst haben, dass neue Verletzungen entstehen. Unser Herz ist manchmal so zu, aufgrund der früheren Verletzungen. Wir haben Angst vor neuen Verletzungen. Jetzt, wie macht man denn das? Wenn jetzt das Herz öffnet und sich dem auch stellt, dass man vielleicht verletzt werden könnte. Ein wichtiger Ratschlag ist, das Herz zu öffnen, frei von Erwartungen. Sich von Hoffnungen und Erwartungen zu lösen, während wir das Herz öffnen. Also nicht zu erwarten, dass jemand anders uns dankbar ist und sich deswegen besser verhalten wird, weil wir das Herz öffnen. Nicht diese Illusion aufzusetzen, dass unsere Herzensöffnung den anderen unmittelbar verändern würde und ihn umstimmen würde. Oder irgendwie dann tatsächlich Liebe auslösen würde uns gegenüber. Nicht zu lieben, ungeliebt zu werden, nicht das Herz zu öffnen, damit etwas zurückkommt. Das ist etwas, was wir zunächst vielleicht im stillen Kämmerlein üben können. Diese Haltung, die muss geübt werden. Die Haltung, sich zu öffnen, einfach weil das Öffnen gut tut. Mir gut tut. Mir tut es gut, das Herz zu öffnen, auch wenn ich es etwas zögerlich tue, mich zu öffnen. Es ist sofort ein offenerer Geisteszustand. Sofort. Und das tut gut. Das tut jedem gut. Nur darf ich dabei nicht dumm sein. Es braucht einen Schuss Weisheit. Es braucht die Weisheit zu wissen, dass ich deswegen die Welt nicht ändere, die Menschen nicht ändere. Ich darf mich nicht täuschen. Wir haben manchmal so einen magischen Glauben, dem sitzen eben dann auch Kinder auf, die solche schmerzhaften Erfahrungen machen. Wenn ich dich lieb habe, dann hast du mich doch auch lieb. Das ist Glauben an Magie. So läuft das gar nicht. Diese Magie, manchmal funktioniert sie und manchmal nicht. Manchmal ist es möglich, dass unsere Liebe die anderen dort berührt, wo sie dann auch sich öffnen können und die Liebe zurückkommt. Aber manchmal sind sie auch so in sich gefangen und es läuft ein ganz anderer Film ab, dass diese Magie nicht zum Tragen kommt. Und dann kommt es zu Enttäuschungen. Und ich möchte ja nicht eine neue Enttäuschung erleben. Wenn ich mein Herz öffne, möchte ich keine neue Enttäuschung. Das heißt, ich muss mich darauf vorbereiten, dass alles andere so weitergeht wie immer oder noch schlimmer wird. Und ich trotzdem mein Herz öffne. Und weil es nicht so weitergehen kann, dass ein Herz, was zugeht, dazu führt, dass das andere Herz auch zugeht und das schließlich alle mit geschlossenem Herz noch immer. Das kann ja nicht so weitergehen. Dann müssen wir gegensteuern. Wir steuern gegen, ohne zu erwarten, dadurch vom Anderen mehr geliebt zu werden. Das ist ein wichtiger Aspekt mit dem Verlässtwerden. Dann werden wir weniger enttäuscht und weniger verletzt. Das andere ist, etwas, was die Erwartenmeister auch immer sofort zusammen mit der Erweisung in Liebe und Mitgefühl unterrichten, ist, dass wir Weisheit entwickeln müssen. Und zwar die Weisheit, das Verständnis, das er spürt, er ahnt und schließlich zur Gewissheit wird, dass da gar niemand ist. Hier. Da. Wo das Ich sitzt. Wo ist es denn, dieses Ich? Wer sitzt denn da? Wer hat Angst? Wer wird verletzt? Den, die versuchen aufzuspüren, dann merken wir, in unserem Bewusstsein sind das nur Gedankenformen, die auftauchen. Was wir ein Ich nennen, sind geistige Bewegungen, die sich Ich nennen. Mit denen wir, das sind Identifikationen. Da ist nichts zu finden, da ist nichts solides zu finden, was sich Ich nennt. Das ist das Entwickeln, das ist das Entwickeln tiefer Weisheit. Und das Ich öffnen für andere geht immer auch damit einher, die vergängliche Manifestation der eigenen Ich-Bezogenheit zu erfahren und zu merken, eigentlich kann niemand, kann niemand diesem Geiste, diesem Bewusstsein wehtun. Es ist nicht ein philosophischer Ansatz, das ist etwas, was man erfahren kann. Es ist keine Philosophie, was ich Ihnen hier habe. Es ist Erfahrung. Und diese Erfahrung, wenn man zugleich mit dem sich Öffnen nach außen für andere sich für sich selber öffnet, dann merkt man, dass dieses Ich-Selbst ein sich ständig wandelnder Prozess ist. Und das, was schmerzt, sind Fixierungen im eigenen Rest. Das ist da, wo wir festhalten. Das tut weh. Festhalten, speziell von unangenehmen Erfahrungen, tut weh. Und wenn ich spüre, dass Festhalten und Loslassen nur Bewegung im eigenen Geist sind, wie es wieder zum Fluss kommt und wie es wieder zu Verfestigungen kommt, wenn ich das erlebe und immer deutlicher erlebe, dann wird es umso mehr möglich, mich zu öffnen. Also die Fähigkeit, sich zu öffnen für sich selbst und entwesentlich auch damit zu sagen, inwieweit ich von der Annahme ausgehe, da gäbe es noch ein Ich oder diese Annahme bereits aufgelöst. Wenn ich nicht stark überzeugt bin, dass es da ein Ich gibt, was verletzt werden kann, dann wende ich mich eher, besser eher mal dem zu und untersuche das, ob das tatsächlich so ist, bis da über Monate und Jahre tiefere Sicherheit entsteht, bevor ich mich auf riskante Prozesse einlasse, mich einfach so einzuöffen. Das könnte wie ein Schuss nach hinten los. Also diese Frage, die ist einfach unglaublich wichtig. Das ist nicht so ein Naives, sich für alle öffnen und dann wie mit dem Herz so auf den Händen herumlaufen und alle dürfen mal reinstechen und im Wehtun. So nicht, so nicht. Wir sind keine Masochisten. Das ist nicht gemeint damit, sondern es ist ein Im-Gespür-Sein mit dem Fluss in mir selber und mich öffnen für den Fluss im Anderen. Und dadurch entsteht ein wirklicher Austausch. Also jetzt eine lange Antwort. Ich komme auf das Manipulieren dann nachher noch zurück. Boris. Das hat ziemlich lange gedauert, bis ich, äh, der Wurzeln war jetzt auch nicht mehr, aber ich habe dann schon gemerkt, dass, äh, bei der Einsage... Ja. Und dass du Nein sagen kannst, ohne dein Herz zu verschließen. Das wollen wir uns noch genauer anschauen. Wie geht denn das? Soll ich mal darüber ein bisschen sprechen? Wie kann man Nein sagen, ohne das Herz zu verschließen? War es das, was du ansprechen wolltest? Also, wie kann man das sagen? Ja, genau. Ein, ähm, um es mal zu übersetzen, jemand, der sich für das Wohl Andere einsetzt, ist kein Dummkopf. Ja? Ist nicht blöd. Wenn ich echten Kontakt habe, muss ich auch mit Nein sagen. Absolut. Man muss fast so... Ja, also man muss eigentlich so oft Nein sagen, wie man auch Ja sagt. Ja, das hält sich so die Waage im Leben. Auf jeden Fall die Konsequenz. Ja, auf jeden Fall die Konsequenz. Auch aushalten, dass der andere vielleicht nicht so froh ist über Nein. Zunächst mal. Also ein Ja-Sager ist nicht das, was ich jetzt für mitfühlende Menschen halte. Das ist, ähm, das ist nicht damit gemeint. Nehmen wir doch das Beispiel von Eltern. Eltern versuchen sich so gut, wie sie können, in ihre Kinder hinein zu versetzen. So gut, wie sie können. Das fängt ja im Sorglingsalter an, zu erspüren, wann hat das Kind Hunger, wann muss es aufstoßen, wann hat es gerade, wann müssen die Windeln gewechselt werden. Ja, zu erspüren. Kann man nicht alles immer wissen, aber man versucht es zu erspüren. Und wie jeden Wunsch abzulesen, zu, ja, was hat jetzt, jetzt krätert schon wieder, was hat es denn jetzt zu bedeuten. Diese Fähigkeit, die Eltern, Eltern entwickeln ja diese Fähigkeit. So gut, wie sie halt können. Und wie oft müssen Eltern Nein sagen. Bloß weil sie Nein sagen, verschließt sich doch nicht ihr Herz gegenüber dem Kind. Sie müssen ja die, also gesunde Eltern, die ein gesundes Wettbewerb mit ihren Kindern haben, können doch Nein sagen, weil es das Kind braucht, das Nein zu hören. Und weil das das Sinnvolle ist, aus der Perspektive des Erwachsens, der die Welt ein bisschen besser kennt, als das Kind. Aus dieser Perspektive heraus, tut es dem Kind gut, ein Nein zu hören. Nein, jetzt gehst du ins Bett. Klassische Situation. Nein, jetzt wird nicht weiter so und so geschaut. Jetzt ist Zeit für Heier. Ja, ab ins Bett. Grenzen setzen. Wir alle wissen, wie heilsam es ist, Grenzen zu setzen. Weil wir Grenzen setzen, geht unser Herz ja nicht zu. Es braucht nicht zuzugehen. Wenn es zugeht, dann haben wir den anderen, also die Bedürfnisse, die Notwendigkeiten der Gesamtsituation und des anderen aus dem Blick verloren und sind gerade in einer eigenen emotionalen Woge gelandet. Die hier ausgelöst werden kann durch ein Kind, was einfach nicht hören will. Dann ist bei uns die Emotion und es ist nicht mehr das fürsorgliche Nein, sondern dann wird es das autoritäre Nein und das Durchsetzen. Es wird Machtkampf und wir sind dann ein bisschen im geschlossenen Herzen gelandet. Okay, nehmen wir an. Spüren wir als Eltern wieder in uns hinein, versuchen da rauszukommen, bleiben aber bei dem Nein, bloß wird es dann anders ausgedrückt. Es wird wieder mit der Herzensenergie ausgedrückt. Also das Nein-Sagen gehört für mich als Dharma-Lehrer auch dazu. Ich muss Menschen auch auf Dinge aufmerksam machen, die fehlgelaufen sind, wo sie daneben liegen, wo ich nicht einverstanden sein kann, weil das Verhalten so nicht geht. Gehört nicht dazu. Aber deswegen brauche ich nicht mein Herz zu schließen. Das braucht deswegen nicht zuzüllen. Da übe ich natürlich, wenn ich merke, dass es zugeht, dann arbeite ich damit, es gleich wieder zu öffnen, sobald ich es bemerke. Manchmal braucht es ja auch ein bisschen, bis man es merkt. Also die Fähigkeit gehört dazu und dazu gehört auch ein gewisser Mut. Mitgefühl macht mutig. Mitgefühl macht einen nicht zum Spielball der anderen, sondern wahres Mitgefühl spürt, was wirklich sinnvoll ist und setzt sich davon auf, durch die Kraft der Liebe setzen wir uns für das ein, was gut tut, für das ein, was heilsam ist. So wie ein mitfühlender Arzt eine Wunde setzt bei der Operation, um zu helfen. Das muss einfach gemacht werden. Wenn wir wirklich mitfühlend sind, dann belasten wir die Zustände nicht, wie sie sind, sondern tun das, was wir können, um Abhilfe zu schaffen. Und das braucht Mut. Das braucht eine gewisse Herzenskraft, um das zu tun. Und manchmal ist es sogar so, wenn wir wirklich einen Weitblick haben, dass der andere das zunächst nicht versteht, warum wir uns jetzt so verhalten. Wenn unser Herz nicht zugeht, dann kommt es gut, weil dann meistens auch nicht solche starken emotionalen Verwicklungen passieren. Wir bleiben dabei bei dem, was wir wirklich für sinnvoll erachten und versuchen es so offen wie möglich zu kommunizieren, aber sind im Grunde genommen hart wie ein Felsen. Wir sind unbeirrbar wie ein Felsen. Mitgefühl darf auch manchmal felsengleiche Eigenschaften. Es ist nicht so, dass Mitgefühl immer eingeht und bloß, wenn man versteht, alles gut heißt. Nein, keineswegs. Wenn wir uns auf so eine Art von Mitgefühl trimmen, dass wir immer mit allem einverstanden sind, dann ist das Mitgefühl eigentlich eher eine faule Ausrede, um nicht gerade stehen zu müssen für das, was wir tatsächlich spüren. Denn das Herz spürt gut. Es spürt gut, ob etwas authentisch ist oder ob wir daneben liegen. Und wenn wir nicht wollen, dass dieses Gefühl verloren geht für das, was authentisch und hilfreich ist, dann müssen wir es praktizieren. Wenn wir immer wieder nicht auf diese Stimme hören, wenn wir diese Stimme vernachlässigen, dann schweigt sie allmählich. Dann kriegen wir es manchmal gar nicht mehr gebacken, überhaupt zu wissen, was jetzt heilsam und nicht heilsam ist. Es wird alles so vage, es verschwimmt alles. Es ist so ein Nebel, der sich ausbreitet. Weil wir allzu lange nicht auf unsere innere Stimme gehört haben. Diese Stimme, die man herkommischen Deutsch auch Gewissen nennt, eigentlich ein Wissen um das, was gelebt zu werden hat, was umgesetzt werden sollte. Wir haben unsere Antennen zu lange nicht mehr benutzt. Sie sind eingerostet. Das ist zwar ein schlechtes Beispiel, aber Sie wissen schon, was ich meine. Also wir haben einfach das Feingespür verkümmern lassen. Boris, möchtest du noch nachfragen? Ja, das verstehe ich gut. Es braucht viel Achtsamkeit, um diese so raschen Reaktionen oder Meldungen im eigenen Geist wahrzunehmen. Da könnte eine Gefahr drohen, da taucht Angst auf. Und dann taucht eine Ahnung auf, um das, was eigentlich gut tun würde. Und bevor wir das noch alles so gemerkt haben, sind wir schon in irgendeiner Reaktion gelandet. Und da achtsam bleiben zu können, entspannt sein zu können, ist die Voraussetzung, um im Mitgefühl, in der Liebe zu wachsen. Mut, ja, Mut gehört auch dazu. Aber ich betone nochmal, auch der Mut abgelehnt zu werden, wächst aus der Liebe. Der wahre Mut wächst aus der Liebe. Da kommt der echte Mut her. Aus der Liebe zu allen Menschen, zu allen Lebewesen. Daraus kommt echter Mut. Und aus der Liebe zu mir, die darf auch sein, zu diesem vermeintlichen Ich. Sprechen wir ruhig mal in diesen relativen Begriffen. Weil ich diesen Menschen, den ich Ich nenne, mich dem Gutes möchte, gebe ich ihm die Chance, dahin zu schauen, wo er nicht hinschauen möchte. Ermutige ich diesen da, dort zu verweilen, wo es unangenehm ist, um noch eine Lektion mehr zu lernen. Ja, noch ein bisschen mehr zu spüren. Weil es ihm gut tut, dem da. Es tut ihm gut. Und ich nehme ihn so ein bisschen an die Hand, damit er es dann auch lernt. Ja, damit er Nutzen daraus ziehen kann. Ich mache mit dem da, den ich Ich nenne, ein kleines, sympathisches Schulungsprogramm. Geistestrennen. Damit er nicht so viel sich verwickelt, damit nicht so viel unnötiges Leid entsteht. Er muss da auch mal ein bisschen an die Hand genommen werden. Und was den da an die Hand nimmt, das ist diese Weisheit. Das Wissen um das, was gut tut. Und das ist natürlicherweise in uns vorhanden. Das ist nicht etwas, was wir erzeugen müssen. Es wird präziser durch mehr und mehr Erfahrung. Weil wir spüren, wir haben ein feines Gespür dafür. Und wenn wir das freilegen können und dem folgen, dann entwickelt sich unser spiritueller Weg. Unser emotionaler Weg folgt dem dann einfach. Das ist eigentlich derselbe Weg. Ja. Also ich denke, Mut ist eigentlich nur so eine Energie, um eine Angst zu überwinden. Das heißt, wenn ich keine Angst habe, dann existiert ja auch kein Mut. Das heißt, ich brauche schon nichts. Ich stehe mir gerade einen 10-Meter-Sprung-Für vor. Ja, ich stehe mir jetzt zum Beispiel runter. Ich habe Angst. Warum schmute es, ich habe nichts. Der nebenan, der hat gar nichts. Da stehe ich einfach runter. Ich sage, neulässig, Mensch hat der Mut. Da hat er gar keine Mut. Der hat... Ich denke, dass er... Also für mich wäre irgendwas, wäre es wichtiger, ähm, Mut oder sonstiges zu sehen. Ja. Um die Ängste zu bearbeiten, brauchst du ein bisschen Mut. Aber ich kann voll unterschreiben, was du sagst. Es ist so. Und ein Buddha ist nicht mutig. Ein Buddha hat einfach keine Angst. Er war mal mutig. Liegt aber schon eine Weile zurück. Er war mutig, als er sich seinen Ängsten gestellt hat. Aber jetzt ist er nicht mehr mutig. Er hat keine Angst mehr. Weil diese Ich-Bezogenheit fort ist. Keine Ich-Bezogenheit da. Angst, Enge, ne? Angst, Enge des Herzens, Angina, ja? Enge des Herzens, ähm... Das hängt ja alles miteinander, das ist ja unser Thema. Und wenn das Herz weit ist, dann... ...ist in dem Zeitpunkt auch keine Angst da. Ja, oder umgekehrt, nur wenn keine Angst da ist, kann es nicht mehr... Absolut. Das heißt, wir müssen aus den Ängsten stehen. Denn sie sind ja da. Wir wollen uns ja nichts vormachen. Und ich glaube, dass es eine Art Trick ist, wenn man ähm... ...in Person ist, das ist ein Trick zwischen, dieses in Kontakt kommen mit sich selber. Und mir fehlt dann so ein Satz, dass jeder Moment, wo man ja in Kontakt ist, ist mit sich selbst, wo man achtsam ist, wo man ähm, negativen Eindrücke geben kann. Und dann nach weniger, ja? Ja. Jeder, jeder Moment, wie man sagt, an der Stelle, der sagt auch... Gut. Also wenn ich Trick sage, dann ist das, weil wir uns selber ein bisschen austricksen. Unsere ganze normale Energie würde sich gerne mehr damit beschäftigen, was mich gerade ärgerlich macht. Und ein guter Trick wird ja dann zu einer Methode erklärt, ja? Ein guter Trick wird zur Methode. Und die Methode ist tatsächlich, den Geist abzuwenden von dem, was die Emotion anfacht. Gut, deswegen habe ich das Trick genommen und kann es auch Methode nehmen. Weil wir uns tatsächlich, wenn nicht dem Impuls folgen, uns da festzubeißen, wo wir uns normalerweise festbeißen würden. Und jetzt zu dieser schönen Bemerkung von Thich Nhat Hanh, die du gerade zitierst, dass jeder Moment von Achtsamkeit eine Einzahlung auf dem Konto ist, was die nicht heilsamen Eindrücke verringert. Ja, irgendwie so etwas. Damit beschreibt dieser vietnamesische Lehrer Thich Nhat Hanh, ganz berühmter Meditationslehrer, beschreibt ein Gesetz des Geistes mit einer Formulierung, die ausdrückt, dass Momente der Achtsamkeit zum Entwickeln einer Kraft führen, die sich, es ist wie als würde sich etwas akkumulieren, etwas ansammeln, ein Momentum entsteht, was dazu führt, dass das Heilsame immer mehr dominiert im Eingeist. Ich will Ihnen das mal versuchen, jetzt gerade an einem Beispiel vorzumachen. Gehen wir alle, bitte, wenn Sie folgen mögen, sonst nicht, zu unserem Atem. Und seien wir uns jetzt mal des Ein- und Ausatmens bewusst. Sie hören weiterhin meine Stimme, spüren Ihren Körper und Sie nehmen wahr, dass Sie gerade jetzt vielleicht einatmen oder ausatmen. Ein- und ausatmen. Spüren den Körper. Und der Atem fließt genauso, wie er gerade fließen möchte. Da kann man ein tiefer Atemzug dazwischen sein, wieder ein paar flache Atemzüge. Und jetzt möchte ich Sie ermutigen, mal eine Einschätzung Ihres Geisteszustandes vorzunehmen. Haben diese paar Momente Achtsamkeit etwas in Ihrem Befinden verändert? Schauen Sie selber in sich hinein. Tut es Ihnen eher gut oder nicht so gut oder neutral ist nichts Wesentliches? Hat sich nicht mal etwas Feines verändert? Das sind jetzt sehr schnelle Übungen. Die Übung ist auch schon vorbei. Wie viele von Ihnen haben keine Befindensänderung wahrgenommen? Und weder, dass es sich heilsam angepferd hat, noch dass es nicht heilsam war. Wer hat gar nichts wahrgenommen? Eine Person? Wer hat es so empfunden, dass es eher das Bewusstsein verengt hat oder unangenehm? Unangenehm, ja. Können Sie kurz... Ich sagte jetzt gar niemand, dass es nicht wäre. Und wer hat ein Gefühl dafür gehabt, dass es gut getan hat, dieser Momente? Da kommen jetzt ganz, ganz viele Hände. Also alle restlichen Hände gehen da eigentlich jetzt hoch. Das ist doch erstaunlich. Das ist sehr erstaunlich. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass einige von Ihnen das durchaus auch als unangenehm erleben, weil wir ja in einer Gruppe sind und weil das so ein bisschen... Ja, ich habe es halt angeleitet. Das ist so ein bisschen... Ja, nicht erzwungen, aber man macht es, weil jemand anders es vorschlägt. Und da kann es dann auch leicht zu unangenehmen Empfindungen kommen. Jetzt haben es aber doch fast alle als angenehm empfunden. Und genau dieses Phänomen beschreibt Thich Nhat Hanh. Das Phänomen, dass wenn Achtsamkeit einkehrt, dass das gut tut. Das Achtsamkeit ist grundlegend heilsam. Präsenz bedeutet unabgelenkt zu sein bei dem, was gerade ist. Und das ist eine menschliche Erfahrung, ist grundlegend heilsam. Zumindest ist es einfach mal neutral. Es ist eine grundlegende Präsenz, die wenn sie vorher schon da war, auch nichts weiter verändert hat, weil sie ohnehin schon da war. Und diese grundlegende Präsenz tut gut. Das wird heute einfach auch als Heilmethode eingesetzt. Weil es gut tut, Achtsam zu sein. Achtsamkeit ist heilsam. Und jeder Moment von Achtsamkeit verankert den Geist für genau diese Zeitspanne in einem ausgeglichenen, präsenten Geisteszustand. Und der ist per se heilsam und auch potenziell Quelle von Erkenntnis. Da, wo wir achtsam sind, können wir auch etwas verstehen, etwas erkennen. Durch diese kleine Achtsamkeitsübung haben sie gerade eine kleine Verschiebung in ihrem Geisteszustand erfahren, achtsam wahrgenommen und sie konnten es sogar benennen. Oder sie konnten benennen, dass sich eben nichts geändert hat. Was genauso vortrefflich ist und die Übung wäre auch vortrefflich gewesen, wenn jemand gesagt hätte, nee, für mich war das jetzt nicht so toll. Weil diese Achtsamkeit mitbekommen hat, was im Geist vor sich gegangen ist. Und das mitzubekommen ist heilsam. Zu wissen, was im eigenen Geist vor sich geht, ist die Voraussetzung, um lernen zu können. Wenn wir nicht mitbekommen, was im eigenen Geist vor sich geht, können wir auch nichts lernen. Wir können ja nicht vergleichen. Wir müssen merken, da fühle ich mich wohl, da geht was auf, da verspanne ich mich. Das tut mir nicht gut. Und wenn ich das nicht mitkriege, dann werden sich meine zwischenmenschlichen Beziehungen auch nicht als Lernerfahrung entpuppen. Sie werden einfach so weitergehen. Ich suche mir dann auch nicht aus, mit wem ich zusammen bin, wie ich in Situationen bin. Ich kann so wenig lernen, weil ich den grundlegenden Sensor verloren habe, wie es gerade steht. Und dieses Bewusstsein. Und das alles meint Thich Nathal mit Einzahlen in die Bank der Achtsamkeit. Mehr und mehr Achtsamkeit ist mehr und mehr Potenzial zu lernen. Menschen mit hoher Achtsamkeit lernen umso schneller. Je höher die Achtsamkeit ist, desto rascher lernt ein Mensch auf Situationen. Weil dieser Mensch sie voll und ganz erlebt. Nur wenn man bewusst da ist und erlebt, können wir Schlüsse aus dem Erleben ziehen. Wenn das Erleben vage ist und so vage, dass es auch gar nicht benannt werden kann, dass es sich dem Zugriff des Gedächtnisses entzieht, weil man gar nicht richtig mitbekommen hat, was eigentlich passiert ist. Da können eigentlich keine Lernerfahrungen stattfinden. Nur ganz schwache Lernerfahrungen. Und das führt dazu, dass Menschen mit hoher Achtsamkeit eine Situation nur einmal zu erfahren brauchen. Und sie haben ihre Lektion gelernt. Während andere mit schwacher Achtsamkeit dieselbe Situation viele Male erfahren müssen, bevor sie mitbekommen, was bei ihnen da eigentlich abgeht. Und das bewirkt, dass manche Lebensläufe so laufen, dass Menschen sehr weise werden und manche verändern sich kaum. Dann merkt man nach 20 Jahren noch keinen Unterschied. Obwohl ja alte Menschen eher weise sein sollten. Sind sie auch, wenn sie ihr Leben mit Achtsamkeit gelebt haben. Das ist das Geschenk der Achtsamkeit. Und das zahlt sich aus. Das sind die Dividenden, die Zinsen der Achtsamkeit, die sich am Ende des Lebens, also mit zunehmendem Erfahrungsschatz, einfach auszahlen. Nein, da sind so viele Erfahrungen, die achtsam gemacht wurden. Und wir können auf einen Schatz von bewusst gemachten Erfahrungen zurückgreifen. Das ist der Schatz der Achtsamkeit. Und deswegen legen die Meister so großen Wert darauf, dass wir uns üben in Achtsamkeit, weil sie die Quelle der Erkenntnis ist. Ich habe lange nicht auf die Uhr geschaut. Gut, es ist kurz vor neun. Also ich wäre noch bereit für die eine oder andere Frage. Wann ist es denn hier so üblich, abzuschließen? So gegen neun? Ja. Ja. Also da war noch ein Finger irgendwo. Ja, Lutz. Vor allem, das Beispiel hat mir nicht zu diesem Nein-Sagen. Du hattest so begründet, dass Eltern das Wetter wissen, was das Kind, speziell muss ich darauf einbüchen. Hängt zwar auf verschiedene Mann, aber ich bin nicht der Meinung, dass hier unbedingt etwas büchen wird. Ja, da bin ich einverstanden mit dieser Anmerkung. Bin ich auch nicht so überzeugt, dass dieses Beispiel jetzt so hervorragend war. Ich hätte das Beispiel deutlicher formulieren müssen, das ist das Beispiel mit dem Zu-Bett-Gehen der Kinder. Eltern, die spüren, dass ihr Kind übermüdet ist, die es mitbekommen, werden die Situation so gestalten, dass das Kind zur Ruhe kommt und einschlafen kann. Dass es nicht durch seine eigene Faszination sich immer mehr hineinsteigert in weitere Ermüdungen, bis es überhaupt nur noch schreien kann und zusammenbricht. Also, so hätte ich das Beispiel eigentlich formulieren müssen. Und das andere, Kinder einfach ins Bett zu bringen, weil es jetzt 9 Uhr ist, das wäre kein gutes Beispiel. Und das wäre, es ist, das ist dann einfach Routine oder das ist, das ist das, was den Eltern als sinnvolle Routine erscheint. Kann ich nicht immer beurteilen, ob es so sinnvoll ist. Ja. Wie ist das für mich bei Krankheiten? Ach so, Sie meinen, ob wenn man das Krankheitsbild jetzt nimmt als solches, ob man da das zurück beobachten kann, ob das vielleicht damit was zu tun hat, dass er nicht so achtsam war? Also, andere Alterskrankheiten. Ja, das ist ja ziemlich spekulativ. Das ist schwer, schwer zu sagen. Aber ich muss schon feststellen, dass das, was jetzt zum Vorschein kommt, auch vorher schon war. Und das ist jetzt sehr stark und ohne Kontrollen zum Vorschein kommt. Und dann warte ich mal drauf, bis so die ersten erwachten Meister ihren Alzheimer bekommen. Und guck dann mal, wie die so sind. Ja? Bevor ich da irgendeine Theorie aufstelle. Es gibt ja diese berühmte Nonnen-Studie, da haben Sie vielleicht von gehört. Alles für ein Seitenthema. In Nonnen, glaube ich, in den USA, haben sich für ihren Körper, für die medizinische Forschung, zur Verfügung gestellt, nachdem sie dann sterben. Und in dieser Nonnen-Studie wurde selbst im großen Überraschenden der Forscher herausgestellt, dass Nonnen, die ein Gehirn hatten, was ganz typische Alzheimer-Atrophie der grauen Hirnzellen auszeigte, also Verringerung bis auf zwei Drittel des Gehirnvolumens, keinerlei Symptome im Alltag zeigten von Alzheimer. Dieses Ergebnis hat die Forscher sehr berührt, weil es nicht zwangsläufig ist, dass mit dem Verringern des Gehirnvolumens, also des aktiven Zellvolumens, dass unbedingt die Symptome von Alzheimer auftauchen. Das hat das so ein bisschen entkoppelt, die pathologische Diagnose von der, also die anatomisch-pathologische Diagnose von der klinischen Diagnose. Und das könnte darauf hinweisen, dass ein ausgeglichener Umgang mit dem eigenen Geist, also wo man im Garten arbeitet und betet und kontempliert und in Gemeinschaft lebt und vielleicht Musik haben, da habt ihr und singt, dass so ein vielseitiges Einsetzen des eigenen Geistes, dass das vielleicht vorbeugend wirkt oder verringernd wirkt. Aber das war jetzt wirklich nur eine Klammerbemerkung. Ich bereite meinen eigenen Alzheimer auch schon vor. Das habe ich schon gemacht. Das war diese Passage, wo ich darüber gesprochen habe, nicht zum Spielball der Wünsche der anderen zu werden, und mutig bei dem zu bleiben, was ich spüre. Also für mich war das damit eigentlich abgehakt. Bestes Beispiel, einfach so, ein Buddha ist nicht manipulierbar und zugleich voller Mitgefühl und Liebe, offenes Herz, aber nicht manipulierbar. Warum? Weil sein Mitgefühl, seine Liebe nicht emotional ist, nicht aus einer Ich-Bezogenheit heraus fließt oder entsteht. Und deswegen ist er nicht manipulierbar. Sobald Eigeninteressen mitschwingen in der Liebe und im Mitgefühl, sind wir unter diesem Einfluss, wenn man uns da erwischt, sind wir einflussbar. Weil wir Eigeninteressen verfolgen, Ziele haben und genau da, bei diesen versteckten Wünschen, Hoffnungen und Ängsten, da kann man uns erwischen und manipulieren. Zum Abschluss dieses Abends lassen Sie uns doch eine kleine Widmungsmeditation machen. Zur Praxis des Mitgefühls und der Liebe gehört das Verschenken von allem Heilsam, was wir erleben. Das, was wir erleben, an guten Eindrücken, direkt zu widmen, das heißt zu schenken und mit allen anderen zu teilen. Und so möchte ich den Wunsch aussprechen, dass, was auch immer an Heilsamem heute Abend entstanden ist, dass es sich verbindet mit all dem Heilsamen, was je in dieser Welt entstanden ist und entsteht. Und dass dieses allesamt dem Erwachen aller Lebewesen gewidmet sein mag. Und nach dieser Widmung entspannen wir uns im vollkommen natürlichen Geisteszustand, wo es gar niemanden mehr gibt, der etwas widmet oder gewidmet hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich.